Hallo liebe Schachfreunde, es gibt eine weitere Schachnuss und wir sind immer noch bei der Partie, Schachcoach gegen Juni Hardt und das letzte Mal haben wir die Stellung hier ungefähr verlassen und wir haben uns mit A5 jetzt hier beschäftigt, aber die Partiefortsetzung war Tum C4 und ja, damit beschäftigen wir uns gleich. Solltet ihr noch nicht abonniert haben, bitte tut es jetzt und vergesst nicht zu kommentieren, zu liken und die Glocke zu drücken. Wenn wir es schon getan haben, vielen, vielen Dank für die Unterstützung und weiter geht es nach dem Intro. So, Tum C4 war die Partiefortsetzung und natürlich konsequent F5, das ist die ganze Idee von Weiß. Wir müssen Linien öffnen am Königs, ähm, ja doch, das ist an sich der Königsflügel. Zumindest am Anfang der Partie und der Dampflügel ist immer links. So, ähm, jetzt beschäftigen wir uns mal mit A5. Also, was passiert, äh, was könnte passieren nach A5? Wir müssen konsequent, wir nehmen auf E6, B4 von Schwarz auch sehr konsequent. D-F7, B6-3 und das ist meine erste Frage für euch. Wieder einmal Verteidigungsskills sind gefragt, was sollte Weiß hier machen? Lasst euch Zeit, die Lage ist hochgradig kompliziert. herzlichen glückwunsch solltet ihr turm h2 gefunden haben hat okay man muss ja irgendwie das matt abdecken auf b2 um h2 ist sehr sehr logisch natürlich hängt auch wieder der springer auf d4 aber bei schwarz hängt ja auch etwas und von daher hat das alles hier erst mal so zu funktionieren und was hatte zwei möglichkeiten er sollte wahrscheinlich den läufer geben auf f7 und immerhin ist dann diese gurke los und er bekommt auch den springer von uns nach dame steckt die vier dame steckt die vier turm steckt die vier jetzt haben wir am besten gefallen turm h nach h7 es gibt glaube ich auch andere züge die ganz okay sein für weiß aber es ist nicht so einfach jetzt hier einen ernsten vorteil für weißes festzuhalten und weil das material hat sich schon wieder reduziert auf der sieben reihe gibt es leider keine bauern mehr für die türme und nach turm h4 b schlägt c3 turm schlägt e5 ist eine beispiel variante so sieht dann für mich so aus als wenn schwarz die ganz gute chancen hätte aber trotzdem wenn einer besser steht dann ist es weiß und er kann auch noch versuchen also ein remi hat er immer der weiße weil seine türme sind einfach zu stark auf der sieben reihe das wäre die beste verteidigung gewesen für schwarz denke ich mal um schlägt d4 ist nicht so gut über den springer so nimmt und wenn schwarz auf die idee kommen sollte den springer zu behalten dann das funktioniert nicht danach dame steckt c3 damit um die einschaf bin ich als 25 das ist sozusagen die gierige variante aber auch turm h8 kommt ein böses erwachen er solltet ihr das solche varianten gesehen haben wirklich sehr gut der bauer wird jetzt sich umwandeln dann muss schwarz den ganzen tun dafür geben im endeffekt bedeutet das dann das weiß dann eine qualität gewonnen hat und einen bauern ja das ist zu viel zum beispiel laufer c4 schaffe ist das letzte rache scharf kann man einfach mit b3 abfedern okay wenn man nicht b3 hätte wäre man matt aber oder man würde dann müsste ja dann wäre man matt ja das wäre also nicht so gut gehen wir zurück spielte jetzt hier in meiner partie geschickt f5 und das war der entscheidende fehler weil es sich jetzt zu viele linien öffnen danach gesteckt f5 a5 f schlägt e f schlägt e ist der bauer auf e6 jetzt enorm schwach und ja jetzt seid ihr noch mal dran die aufgabe jetzt ist nicht so schwer was würde jetzt mit weiß spielen ja freue mich wenn ihr turm vier nach h6 gefunden habt der turm hat auf der vierten reihe nichts mehr zu tun gehabt und er greift jetzt einfach ihr sechs an mit dem nebeneffekt dass auch niemals läufer g6 kommen wird stell dir vor die dame wäre jetzt irgendwie weggegangen und dann kommt läufer g6 das wäre doch ein ziemlich peinliches erwachen gewesen aber turm h6 und mit dem angriff auf e6 und schwarz muss den jetzt verteidigen mit läufer d7 das hier sind wir beim nächsten mal noch mal sehen und ja es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten mal und dann sehen wir uns beim nächsten mal